Heute stellen wir Ihnen das neue Gardens Game vor. Es ist ein Third-Person-Adventure-Game. Man hat in dem Spiel die Möglichkeit, Blumen zu gießen mit der Waterpower. Und der Strahl ist variabel einstellbar. Es ist sehr realistisch. Als Add-on wird die Drillmeister-Edition zur Verfügung stehen. Dabei kann man Level aufsteigen, um verschiedene Gimmicks in-game freizuschalten.